so wir müssen es leider unseren titan schrotten nur schwere munition ist leider nicht mehr drin weil wir ein problem mit unserem postergang haben und ich zeige euch welches problem wir haben habe ich vorher nicht so daran gedacht aber das ist in der tat ein problem wir haben nur noch primär waffen drin außer dass eine spezialwaffen entgramm und wenn man primär waffen drin hat und die nicht rausholen kann dann verschwinden die irgendwann und ich hätte ganz gern breder zeitmesser wieder weil er im pvp mittlerweile ganz gut ist und ich möchte nicht noch zwei entgramm sammeln und dann ist er weg das ist mein einziger die ich noch habe außerdem habe ich jetzt zwei mal ihre 3 zahlen den hätte ich auch gern noch ein zweites und drittes mal und die entgramm hätte ich auch ganz gern um die abgeben zu können außerdem die impulsgewehre die test würde ich ganz gern testen und somit haben wir keine option mehr als dieses schöne spiel mit der primär munition jetzt mit der schweren munition jetzt zu opfern die krux und die nekukassen hat uns viel spaß bereitet fazit ist man hat teilweise mit mehr waffen mehr kills und spielt es spielt sich ein bisschen leichter nur in bestimmten situationen das ist wirklich zu gebrauchen dass man viel schwerer hat ich sage euch auch warum es ist zum einen das problem dass sie immer wieder die schwere aufheben müsst nicht so wirklich schnell nachladen könnt und schnell schießen können ihr müsst immer wieder vorgehen und die munition auch einsacken nur mit eisbrecher oder schmierung und so weiter spielt sie ist auch nicht so fantastisch gerade wenn man wie ich eher im nahkampf operiert habe ich lieber schwertbrecher oder zum beispiel schwarzer hammer kann man dann auch nicht nehmen das sind alles sachen da sage ich mir dann spiele ich lieber mit primärwaffe aber es war auf jeden fall ganz lustig wir haben grotas hunger zum beispiel sehr schnell leveln können und auch bei groter hart muss man nicht ganz so oft unsere waffe leer schießen das war auf jeden fall sehr nice ähm ja und jetzt versuchen halt die engramme da raus zu kriegen ich muss aber hier erstmal kurz platz machen ich gebe mal jetzt das 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 und das da rein jetzt holen wir mal die engramme raus die engramme könnten eigentlich so raus ich habe gerade eine neue idee wir könnten eigentlich die gramme rausholen und dann in den tresor packen ich werde aber jetzt trotzdem ein zeitmesser rausholen weil den will ich einfach haben entweder wir kriegen den oder wir kriegen ihn halt nicht das ist natürlich käse so mal gucken wenn wir das zeitmesser rausholen dann ist der spaß glaube ich geschichte dann war's das ja das war's okay spaß ist vorbei aber wir wollten es auch nicht anders ich wollte brede zeitmesser ehrlich gesagt unbedingt haben wieder nachdem ich ihn auf 300 zerstört habe also die schwere munition es war auf jeden fall nice und ihr wisst wie es geht hat dann im anderen video gesehen es geht angeblich auch mit der app wenn ihr eine waffe zerstört die ihr in dem moment mit der app ausrüstet und sonst auch nur exotische bei den primärwaffen habt soll das auch funktionieren führt damit einfach ein bisschen rum und dann könnt ihr auch ohne crux von groter euch die schwere glitschen ich fand es ganz witzig aber wie gesagt ohne gellarhorn und ohne den anderen spaß ist das irgendwie nicht so wahnsinnig geil wie ich mir von anfang an erhofft hatte und jetzt spür wieder normal bis dahin